Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Tim Kleindienst bleibt dem SC Freiburg-Treu-Urheberrecht. Getty Images der SC Freiburg kann auch weiterhin auf die Dienste von Tim Kleindienst setzen. Der Angreifer verlängert seinen Vertrag bei den Preisgauern. Der SC Freiburg hat den Vertrag seines derzeit verletzten Angreifers Tim Kleindienst vorzeitig langfristig verlängert. Das teilten die Preisgauer am Mittwoch mit. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein von Trainer Christian Streich wie immer keine Angaben. Kleindienst spielt seit 2015 für den Sportklub unterbrochen von einer einjährigen Laie zum 1. FC Heidenheim In dieser Saison kam er bislang auf vier Bundesliga-Einsätze. Nach einer Meniskus-Operation befindet sich der 23-Jährige zurzeit im Rehabilitationstraining. Untertitelung des ZDF für funk, 2017